Warum schlafen wir eigentlich und wie ist das Ganze gesteuert? Allein die Tatsache, dass wir etwa ein Viertel bis ein Drittel unseres Lebens schlafen verbringen, weist doch die hohe Bedeutung hin, sonst wird es das gar nicht geben. Schlaf bedeutet erstmal für den Körper Erholung und Regeneration. Das bezieht sich auf viele Organsysteme und auf Zellebene. Und für unser Gehirn ist Schlaf so etwas wie Saubermachen. Also das Gehirn reinigt sich über Nacht und im Schlaf von allen möglichen Stoffwechselendprodukten, immunologischen Endprodukten. Wie wird das Ganze gesteuert? Dabei spielen vor allen Dingen zwei Substanzen in eine ganz besondere Rolle. Das ist der Neurotransmitter Serotonin als erstes, auch bekannt als Glückshormon. Der Körper stellt Serotonin her aus der Aminosäure Tryptophan. Tryptophan gehört zu den essentiellen Aminosäuren. Das heißt, er muss über die Nahrung aufgenommen werden und mithilfe bestimmter Mikronährstoffe, wie zum Beispiel B-Vitamine, Zink, wird daraus Serotonin produziert. Sobald es dunkel wird, wird Serotonin in Melatonin umgewandelt. Und je mehr Melatonin im Blut vorhanden ist, desto müder werden wir und desto besser schlafen wir auch ein. Und auch durch. Und diese Umwandlung ist auch wieder an bestimmte Mikronährstoffe gebunden, wie zum Beispiel das Vitamin B6 und Zink. Die Wirkstoffkombination in Nightmaster bewirkt jetzt, dass genau dieser Rhythmus zwischen den verschiedenen schlafsteuernden Hormonen ein Stück weit harmonisiert wird, wir damit wieder besseren Schlafrhythmus entwickeln können und damit auch erholsamer schlafen, sich die Regenerationsfähigkeit im Schlaf verbessert und wir damit auch wieder wacher und frischer in den Tag starten können. Schlafkombination in Nightmaster